So, da sind wir wieder bei der nächsten Folge von Let's Play Stainthrow the Third. Wir waren ja stehen geblieben mit unserer krassen Verfolgungsjagd und die müssen wir jetzt mal beenden. Oh, und das Auto nehme ich mal mit. Ach ne, ich nehme das Auto da. Ha, oh. Boom. So, das nehme ich. Tschüss. Oh Gott, gib das. So. Oh Gott. Oh. Oh. Er schreckt aber wieder ein. So. Ähm, Aufträge, ganz schnell. Und Startübernahme von PS wieder. Uh. So. Okay, ich hab's keinmal verstanden. Ich hab auch nicht mitgelesen, weil ich mich aufs Vorhang konzentriere. Weil die Polizei hinter mir ist. Oh, Mann. Oh. Überall muss man hier gegen von der Flizist. Schrecklich. Sollte ich nicht... Oh. So. So. Oh, ich hab's ja langsam. Die Polizei ist hinter mir. So. Ich hab' da schnellere Auto als du. Ha. Uh. Oh. Ich hab noch vorbeigefahren. Okay, du. Oh Gott, nein. Okay. Bin da. So. Also, wenn ich's jetzt kaufen. Kaufe Friendly Fire. Möchtest du Friendly Fire? Ja, will ich kaufen. Friendly Fire gekauft. 1% Kontrollerhöhung in den Stadt. 500 pro Stunde. 10% Rabatt. Okay. Und wir müssen Sachen finden. Kaufe Immobilien. Gut, dann kaufe ich halt Immobilien. Für 100, ja. 100 pro Stunde. Okay. Wir können... Okay. Okay, wir können jetzt hier Sachen kaufen. Also so Geschäfte, Immobilien und Domizile. Und Geschäfte und Immobilien bringen uns Geld. Hilfe. Ach ja, und diese Sachen finden, ne? Fan-Treffen und so. Und diese anderen Sachen. Rechtspuppen und so. Die können wir auch noch finden. Oh, okay. Ich hab' nur zwei. Ja, gut. Nein, die wollte ich nicht. Ne, nicht richtig. Oh, ne, okay. Banden-Operationen. Die sind gefährlich. Also. Lieber nur machen, wenn ihr mehr Waffen hat, als ich dabei habt. Aber ich hab' ja... Oh, man. Oh, Mann. Oh. Oh. Bam. Ja, so geht's auch. Oh. Oh. Lauf. Nein. Oh. Oh. Ich bin vielleicht tot. Lachen hab' ich auch nicht. Toll. Oh, Mann. Blöd gelaufen, ne? Jetzt schon. Bei der ersten Nacht. Was willst du von mir? UAS. S. Hab' ich nicht gefunden. Was war ich... Oh. Was willst du denn schon wieder? Lass mich in Ruhe. Ansteigen. Oh. Ja. Gut. Oh Gott. Ganz schnell. Oha. Oha. Hilfe. Hier. Und dann noch eine. Ja, ist klar. Und ich hab' keine Waffen. Willst du mich verarschen? Doch, ich hab' eine wieder. Ah, cool. Eine. Eine. Willst du mich verarschen? Das sind 20.000 Milliarden. Oh. Was willst du denn hier? Oh, Hilfe. Nein. Ich bin durchtod. Lass mich doch... Äh, Hilfe, nein. Ich will nur sagen, ich kann hier nicht durchschießen. Oh, nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Knackt her gar nichts. Ich will ja nicht einsteigen. Jetzt bin ich nicht tot. Oha. Keine Waffen mehr. Noch, äh... Boah, hat sich ja echt gelohnt. Auto. Jetzt ist er doch ganz schnell hier weg. Checker hin. Ach, der ist schon drinnen, oder was? Ne, wo ist der? Boah, jetzt hab ich auch noch die Platten. Ich hoffe, der zählt jetzt selber ein Auto. Oh. Man holt ja auch selber ein Auto. Ach, der hat ein Auto. Ah, gut. Toll. Hat er ja zugelernt. Gib Kette. Ja, oh. Mehr nach. Ah. Notiziert ein bisschen nach links. Aber es macht nichts. Ich schaff das schon. Okay. Versteck dich, um Bekanntheit zu senken. Hätte man auch nicht einen Laden nehmen können, der näher ist? Ach, ne. Das wäre ja zu einfach gewesen. Ach, stimmt. Da war was. Oha. Wie fährt denn der? Ja, da gibt es ganz schöne Schlangenlinien dahinten, hinter mir. Oha. Wer schießt auf mich? Hilfe. Ah. Ja, wir konnten wie vorne haben wir jetzt. Front to Fire. Ist klar. Tür öffnen. Okay. Geschafft. Und du? Ich bin da. Na, so geht das doch. Geschafft. Stadtübernahme. Geschafft. Bargeld. Hät? 500 nur? Oh, langweilig. Respekt. Immer noch Level 5 bestimmt. Ja, Level 5 bleibt. Okay. Okay. So. Was kann man jetzt nochmal so auf die Sprünge machen? Mal gucken wir uns mal, was ist, was man hier, weil ich hier so habe. So. Weitähnige Pistolen. Ne, ist mir zu teuer. Zwischenhebstahl drin? Ne. Sprinterhöhung. Ne, ist mir zu teuer. Ist mir alles zu teuer irgendwie. No, schon. Sind halt reingekommen. Nachher wird sich etwas schneller. Es wäre teuer, aber es wäre zu teuer. Mhm. Kamm. Na, kann. Muskeln werden. Haben wir den Genen etwas weitergeworfen? Ne, will ich nicht. Boni. Bonusverstandliche Übernahme. Toshibargeld. Gegen Respekt. Ne, das nehme ich mal hier. So. Ähm. Ja. Dann. Bargeld. Ja, 500. Gut. Ähm. Extra? Sehe ich dann extra? Ach, Cheats. Ne, ich cheate nicht. Ich bin ein Nicht-Cheater. Ist klar. Ja. Überfragen wir mal. So, was ist mein Auto diesmal? Hm. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein Taxi nehmen. Wir nehmen wieder ein Taxi. Nicht mit dem hier. Äh, ne. Mann. So. Aua. Was schießt ihr jetzt? Was schießt ihr jetzt auf mich? Ich habe gar nichts getan. Hallo? Was willst du von mir? Was haben wir jetzt gemacht? Ich bin einmal hier rumgelaufen. Oh, Mann. Oh, Gott. Vielleicht tot. Fahr. Ich habe wieder Plattenreifen. Ist klar. Irgendwie in jedem Ort, wo ich einsteige, hat Plattenreifen. Ich verstehe es nicht. Oh, Gott. Huah. Oh, Gott. Okay. Mal schnell den Polizisten entkommen. Wuh. Oh, bumm. So. So. Wann werde ich denn endlich los? Oh. Das. Na. Dann geht. Ah, okay. So. Wir parken nochmal hier hinten. Dann hinten ist aufhöl davon, wann die Operation ist. Parken wir mal hier kurz. So. Ja. Rückwärts einparken. Kann ich das? Ja, kann ich. Oh. 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 Was war das denn gerade? Gut. Okay. Gut. Dann sehen wir uns beim... Achso. Ja. Gut. Die Folge ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hm. Das war die Folge. Und dann sehen wir uns halt beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt... Let's Play oder so. Keine Ahnung. Dann sehen wir uns halt beim nächsten Mal wieder. Und bis dann, Leute. Und tschüss. Tschüss.